Willkommen zurück zu deiner Anfrage, let's play Minecraft! Ja, und ich bin immer noch in diesem Kruppelhaus hier, hab ich grad so gedacht. Aber solange mein Haus nicht fertig, geht's mit Penn. Und ja, was soll ich denn noch zu sagen? Nichts. Okay. So, ich glaub die Zombies, die kommen mir gleich auch entgegen. Ich könnte mal so ein paar Sachen jetzt hier mitnehmen. So wie Dreck oder so und Steine. Ich nehm mir jetzt erstmal alle Dreck und Steine mit hier. Weil ich ja unten schöne Kisten schon habe. Korravedel können wir auch mitnehmen. Und Dreck. Und dann tun wir den anderen Zeugskram mal hier oben rein. So, 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 so. Hier haben wir noch Stein. Soll ich Sand auch mitnehmen? Ach, wieso nicht, ne? Sandstein. Und das wär's erstmal damit. Äh, hab ich hier unten reingeguckt? Oh mein Gott. Was für ein Chaos. Und das ist schon fast alles. Hier ist noch Stein, Gravel, Dreck. Ja, dann lasst uns mal gehen. Äh, gucken, was die Zombies dazu sagen. Sind die schon verbrannt? Jo, sind sie, okay. Da, da waren sie. Und, ach so, ich wollte ja noch in die Dings gehen. Ein, ach, ich muss unbedingt ein Enchantment-Themen bauen. Ein Verzauberungstisch. Ich hab mich grad zugewöhnt. Hä? Wieso, weshalb, warum? Okay, dann machen wir hier einfach mal den Dreck rein. Zack, 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 zack. Hier das, äh, den Kuppli. So, und vielleicht auch noch die anderen Steinsachen. So, und hier machen wir dann alles, was mit Sand zu tun hat. So. Nicht schlecht, der Specht. Wir sind schon mal ganz gut da. Kann mal gucken, was der Dings macht hier. Der, äh, wow. Einer ist gewachsen, im Ernst. Einer. Okay, hier vorne sind andere welche. Kann ich gleich den Baum schlachten mal. Hier steht sowieso um Wille, da kann da nichts wachsen. Stimmt's, ja. Der wäre schon längst drei hoch gewesen. So. Selber schuld, ne? So, dann kann ich ja trotzdem mal neu pflanzen hier. Lauf doch, Mensch. So. Okay, vielleicht finde ich ja noch ein bisschen... Hm. Ja, äh... Hm, oder soll ich doch in den... Äh, ich will nicht in den Nether mit meinen Sachen gehen. Ich boah, wenn wir jetzt erstmal noch, äh... Wartet. Wir haben so viel Birchwood. Ich kann uns erstmal ein paar Kisten craften hier. Äh, na. So. Zack. Noch eine. Noch. Na. Oh, das ist so blöd, ey. So. Ich komme mal aus dem... Aus dem Loch raus hier. So. Einmal drumrum. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Bestimmt genug. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Sogar zwei. Oh. Okay. Äh, was nehmen wir denn noch so mit? Also so Minecarts und so ein Kram Zeugs. Oder sollen wir erstmal ein Chessler hier machen? Vielleicht mit den Ohrens oder so? Ohrens. Äh. Weißt du was? Alles. Alles mitnehmen. Können die ganzen Scheiß-Enchantment-Ding. Äh, ganzen Dings hier mitnehmen. So. Lauf um dein Leben. Ich wollte mal gucken, was der Klee macht, Mensch. Kommt zu gar nichts. So. Äh. Dann gehen wir erstmal hier so ein paar... Dings reinstellen. So. Hier tun wir einfach mal so die Minecarts rein. Die Schienen. So. Alles Unnötige, finde ich so. Das und... Ja. Dann machen wir hier das Eisenerz rein. Mit der Kohle und so. Dann machen wir da drüber Waffen. Nein, Essen. Essen kommt da rein. Und den Melonen-Samen. Und da drüber machen wir... Alles, was Grünzeug hat. Dann hier können wir dann so Waffen. Da drüber müsste Mob Drop und so kommen. Hm. Können wir mal eben auch... Ne, Crafting-Table hab ich ja schon. Aber... Hm. Hm. Naja, ein zweiter wär auch nicht schlecht, ne? Machen wir uns den zweiten fertig. So. Der kommt ja hier rein. Und dann machen wir mal noch ne Kiste. Reicht... Ich glaub noch eine geht noch, ne? Jo. Cool. Und dann... Zack. So. Äh. Mal eben überlegen. Was war hier drin? Okay. Da kann eigentlich auch Mob Drop rein, oder? Ja. So. Schön sortiert. Auf eine Seite. Und hier kommt Holz rein. Hey. Es wird langsam was. Gut, gut. So, mal gucken, was mein Clay macht. Wow. Schafe, Baumschafe mal wieder. Oh. Oh, guck mal. Guck mal. Es wächst und gedeiht. Nehmen wir gleich mal ab und... Ähm. Wandel das in Papier um. Dann kann er gleich wieder wachsen. So. Ich wette mit euch, wenn ich hier gleich drüben bin, schon wieder irgendwas gewachsen. Wäre kein Wunder. Nein? Okay. So. Dann. Die Kiste hier unten sieht irgendwie verdächtig aus, dass sie ausgeräumt werden will. Und wir haben sogar noch Platz über. Wow. Guck mal. Hier sind noch Steine drin. Gar nicht gesehen. Okay. Die sind voll. Ähm. Oh. Okay. Äh. Wir haben auch schon einen Pilz. Nein. Können wir hier was reintun. So ein paar Sachen. Gucken. Hier ist noch was über. Und hier ist noch was über. Okay. Äh. Färbemittel haben wir hier drinnen, ne? Ja. Dann werde ich da mal kurz eben... Und... Hä? Es ist nur... Oh. Es ist nur Bauenmeer. Ähm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Inksex. Okay. Dann müssen wir uns mal eben was Neues bauen. Braun. Ähm. Inksex? Habe ich die nicht rausgenommen? Achso. Okay. Ich tue mir ein paar Sachen eben raus. Sieht man irgendwie so schlecht auf dem Text-Ton-Bahn? Irgendwie ist das so klein geworden. Oder ich sehe das alles so klein. Ich sehe das nicht immer so klein-krämisch. Okay. Okay. So. Wupp. 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 16. Wupp. 24. 32. 42. 48. Verzählt. Scheiß drauf. So. Wow. 64. Geil. Achso. 5 kann ich nichts machen. Okay. Hast du ja recht. So. Okay. Oh. Hier. Okay. Äh. Dann nehme ich mal das und das mit und das. Und dann mache ich mir mal eben noch welche. Einer geht noch. M-m-m-m-m. Okay. Ähm. Das Zeugs muss hier bleiben. Und das muss da bleiben. Erstmal. Dafür können wir mitnehmen die grünen Kramsachen. So. Auf geht's ins neue Lager. Ich brauche noch Glas und Türen und so viele Sachen brauche ich noch. So. Und Schilder brauche ich noch. Ganz wichtig. Ähm. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das ist das Mob Drop. Ja. Komm. Flint. Äh. Mob Drop. Mob Drop. Äh. Hä. Das ist eine Holzgäste. Okay. Holz. Hä. Ich habe doch Holz bestimmt hier irgendwo. Wer macht denn da oben Sand rein? Na ja. So. Äh. Das sieht mir nach Essen aus. Essen. 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 Grün Kram. Okay. Tue ich jetzt erst mal das da rein. Und das sieht gut aus. Ähm. Flint. Äh. Hier haben wir noch eine Kiste. Grün Kram. Kiste. So. Wieso sollte ich denn hier? Na ist egal. Hier kommen die auch einmal alle rein. Und hier. So. Grey Stain. Okay. Den brauche ich jetzt so. Und hier kommt noch die Rüstung rein. Und Dirt. So. Alright. We can go. Bauen wir jetzt erst mal schöne Häuschen hier weiter. So. Erst mal gucken. Wie ist es denn hier? Holz. Das muss doch weg. Äh. Da kommt nämlich eine. Weg. Hau ab. Da kommt eine Treppe hin. Oh. Die Melonen sind schon wieder gewachsen. Wow. Das geht jetzt echt. Echt schnell hier. Musik. Wo bist du? Los. Wechsel dich. Hört sich besser an. Okay. Ähm. Wie hoch war das denn noch? Ich glaube. Ich glaube das sind drei Treppen gewesen bis hier ne? Und. Äh. Zehn hoch. Äh. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das ist gerade mal so der vierte Layer. Wow. Oh 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 oh. Vierte Layer. Ich weiß gar nicht ob da hier Holz reinkommt. Ich denke. Nein. Du fällst von denen da runter. Also ich steppe nicht Kornmähen. So. Ähm. Ich glaube ich muss erst mal alles aus Holz bauen. Und dann alles mit Nether Quartz oder so. Fair. Fair. Umwechseln. Hört sich beschissen an. Ist aber so. So. Äh. Hier muss ich mal gucken. Was ich da gemacht hatte. Ich habe jetzt auch nicht mitgezählt. Ob ich hier. Was für einen Layer ich so habe. Äh. Mal gucken. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oder so. Ne. Es sind nur zwei. Hä. Vier. Tatsächlich. Wir sind erst vier hoch. Wow. Okay. Ich denke mal. Vielleicht nehme ich doch erstmal Holz. Äh. Holz. 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 Stein. Ey. Sag bloß. Ich habe nur das Holz. Achso. Oben ist Birchwood. Genau. Dann können wir hier erstmal alles fertig machen. Glas brauche ich. Mal gucken. Da haben wir das ganze Birchwood. Äh. Glas. 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 Das habe ich hier nicht drin. Und da auch nicht. Ich nehme mal das ganze Zeug so mit. Äh. So. Vielleicht soll ich jetzt mal pennen gehen. Das ist ein Skelett gespawn. Gute Nacht. Äh. Spawn im Haus bitte. Danke. So. Äh. Wir können mal ein paar Öfen mitnehmen. Ist sowieso nichts drin. Äh. Nehmen wir alle Öfen mit. Ist guter Deal, oder? Finde ich auch. Och. Gott. Blödheit. Naja. Mal sehen. So. Und. Da sind die Furnace. Die kommen nämlich alle hier rein. So. Dann brauche ich ein wenig Schnee. Wollte ich gerade sagen. Äh. Äh. So. Okay. Mal ein paar Treppen craften hier. So. Vier. Ich weiß nicht, wie viele brauche ich denn? Äh. Vier. Sechs. Acht. Zehn brauche ich. Vierzehn. Glaube ich. Komm. Machen wir das so. Fertig. Und dann. Achso. Hier runter auch noch. Ja. Vergaß. Ich vergaß. Dann tue ich jetzt hier erstmal den. Birchwood. Also hier kommt alles später mit Dings rein. Und ich habe schon wieder voll gefehlt. Merkt auch keiner, ne? So. Äh. Das hier muss alles raus. Dann muss nämlich Birchwood rein. So. Und dann kommen hier Stufen hin. Hier kommt Dings rein. Äh. So. So. Und dann kommt hier weiter Birchwood rein. So. So. Hier kommen Stufen hin. Ah. Voll. Voll am Peilen hier. So. Das ist besser. Das muss alles ausgehoben werden hier. Ach Quatsch. Ja doch. Wir haben Bohnen rein. Obwohl es einen höher geht also, ne? So. Ja. So. Ich muss was essen. Der nächste. Der nächste. Das nächste Skelett freut sich bestimmt. Ich sehe es ja schon auf der Map. Ach. Hier müssen auch noch die Dings rein. Clay. Kommt ein, äh. Kellerfenster rein. Das muss auch noch alles ersetzt werden. So. Joa. Läuft. So. Ähm. Und ich weiß noch, wenn ich was hier so dekorationsmäßig habe. Hier haben wir noch gar nichts. Oh. Ich hab nur erstmal so eine Hausbau-Idee. Kommt ehrlich mal die Sonne raus. Ist ja lange gebraucht, man. So. Muss was essen. Ich esse jetzt ein paar Melonen. Da braucht wieder Ewigkeiten. Was soll's. Joa. Hm. Was gibt's zu erzählen? Nichts. Okay. Naja, ähm. Das ist immer noch die gleiche Aufnahme wie zuvor. Den muss noch wieder weg hier. So. Und dann haben wir die Räume sind schon fertig. Kommt, der muss dann noch weg, oder? Das sieht mir nicht mehr aus, als wenn das gewollt wäre. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und da müssen wir mal gucken. Hm. Ja, da müssen wir mal gucken hier. Ui, ui, ui. Geht das tief runter? So. Na, weißt du? Da kommt die Treppe hin. Uh. Was? Was hab ich denn da gemacht? So. Okay, nochmal bitte. Hier. So. Und dann noch einmal. Show. Daneben. So. Dann kommt hier schon wieder ein Boden rein. Ich weiß, das ist ein bisschen alles klein wahrscheinlich. Aber. Äh, hier kommt noch eine Wand hin. Ne. Haben wir noch Holz? Ja. Erstmal zumachen hier. So. Dann so. Das sieht gut aus. Äh, das ist ein bisschen alles eng, ne? Naja. Hat bestimmt seinen Grund. Äh, hier kommt noch alles mit Dings wohl. Und dann, wenn hier die Treppen drin sind, ein bisschen eng alles. Naja. Ist wahrscheinlich alles so gedacht gewesen. Äh. Es könnte auch sein, dass die wegkommen. Und hier kommt sowieso Geländer, sowas in der Art drauf. Warte mal. Kann ich den wegmachen hier? Was ist da drunter? Achso. Äh, keine Ahnung. Nein. So. Aber es ist schon besser als vorher. Mhm. Dann können wir hier hochgehen. Ich weiß nicht, ob das die zwei waren oder die anderen. Und hier auch. Dann müssen wir hier vorne, äh, event gucken. Wartet. Ja, ich glaub, den Rest muss ich da nochmal nachschlagen. Auf jeden Fall müssen wir hier wieder höher bauen. So. Ganz eindeutig. Und ja. Jetzt bin ich out of, genau, cool. Äh, dann können wir mal gucken, was das Glas macht. Ja, das sieht schon geil aus. Mhm. Ein paar Türen können wir auch mal machen. Was ist das denn? Irgendwie ist das komisch. Ich glaub, ich hab mich irgendwie in der Vermessung ein bisschen geirrt. Bin mir da nicht so sicher. Ähm. Genau. Hier muss noch Dings rein. Ein, äh, der, ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt? Glas, genau. Und? Glas. Okay, das, das brutzelt schon ganz gut. Ich mach kurz hier, zumindest schon mal da, wo das Glas reinkommt. Glas reintü. Also hier. Die Malone eben noch kaputt. Und dann ist die Folge auch echt zu Ende. Guck mal, die ist Trickskelett, Mensch. So, die Malone kommen später auch noch anders hin. So. Und hier vorne. Aber ich wollte noch zwei Türen machen, Mensch. Das sagt mir aber auch nichts. So, ähm, Türen. So, eine. Zwei. Und Nummer drei. Drei. So. Dort eine. Und hier eine. Und dann da hinten eine. Oh. Mhm. Das ist meine... Okay. Ich vergaß. So. Okay, da gehört eigentlich noch ein... Äh, mach mal eben. Komm. Wir haben Zeit, oder? Los, Lauf. Wir haben keine Zeit. So. Ich kann auch eben hier noch das Dings reindrücken. Mit Glas. Äh, ich glaube hier, ne? Und ich brauche zwei Sand. Zwei. Ich brauche eigentlich mehr Sand. So. Ja. Das werde ich gleich erklären. So. Also hier muss noch jede Menge Sand hin. Aber das kann man alles später machen. So. Jetzt mal die Tür hier reinpflastern. Und hier kommt der Sand drauf. Oh man. Da. So. Eins. Und zwei. Und... Ich brauche... Äh, kommt da denn noch Kabel hin? Ich bestimmt, ne? Naja, habe ich jetzt nicht. Aber es nimmt Gestalt an. Es nimmt. Es ist sicherer. Also ich könnte da jetzt schon drinnen pennen. Ja. So heißt ich, denke ich, meine nächste Folge meine scheiß erbärmliche Bude da ab. Ich würde mich sagen, danke fürs Zuschauen. Und... Wir sehen uns nächste Folge. Boy, let's play Minecraft, äh, Casey-Style. Okay. Ciao. Ach ja. Und, äh, schreibt mir ein paar Themen in die Kommentare. Dankeschön. Also, wir sehen uns scheint auf die Kommentare. Also, ich habe ja terminiert. AlsTS- somewhat move koş.